So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Analyse, wieder mal auf diesem Kanal. Wir schauen uns heute nämlich Osmosis Zone genauer an, das erste AMM, die erste dezentralisierte Börse im Kosmos Ökosystem. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spass, springen wir gleich in die Analyse. So, legen wir los mit der Analyse und zwar schauen wir uns heute Osmosis Zone ein bisschen genauer an. Wieder mal eine Coin-Analyse, Leute, es ist schon eine Zeit her, aber ich glaube, dieses Projekt ist sehr, sehr spannend. Deshalb habe ich es entsprechend auch ausgewählt. Wir sehen hier den Coin-Token, kürzlich mit OSMO oder Osmo, das Datum heute der 23. In der Kategorie DeFi, Gesamt ist jetzt natürlich noch auf 0, weil es natürlich abhängig ist von den unterschiedlichen Punkten. Wir fangen natürlich wie immer mit der 6x6-Analyse an, fangen jetzt mal mit dem Team an und springen dann in Richtung Berater und Investoren. Bevor ich aber loslege, kurze Übersicht, was ist Osmosis genau? Eigentlich so ein bisschen die erste grössere AMM, also Automated Market Maker und gleichzeitig dezentralisierte Börse auf dem Kosmos Ökosystem. Wenn wir uns hier auf DeFi, Lama, in den Chains ein bisschen das Ganze anschauen, die haben ein bisschen umgestellt. Also wenn ihr jetzt hier, geht ihr nach EVM, Non-EVM, Rollup, Kosmos, Parachain etc. Finde ich nicht so geschickt, aber in jedem Fall, wenn wir hier auf Kosmos gehen, dann sehen wir hier, dass Osmosis auf Nummer 1 ist. Hier zählt jetzt zum Beispiel Terra dazu, ist jetzt nicht ganz korrekt, weil es entsprechend eine Brücke gibt. Jetzt, Osmosis, wie gesagt, ist eine AMM, hier kurz eine Übersicht, bevor wir reinspringen, ja. Es ist ein ganz, ganz bekanntes Projekt, beziehungsweise ganz bekannte Nutzererfahrung hier mit dem Swap, mit den Pools, mit den Assets und der Staking-Möglichkeit, ja. Wir fangen aber an mit dem Team und da muss ich ein bisschen suchen. Habe dann auf AngelList die Osmosis Labs gefunden und dann bei People, Sunny Agarwal und Jimmy Yang gefunden. Und hier haben wir zum Beispiel Sunny Agarwal, ja, Mitgründer bei Osmosis. Und da ist es schon mal sehr, sehr spannend, denn Sunny Agarwal war eigentlich der Research Scientist bei Tendermint, ja. Also er hat drei Jahre bei Tendermint gearbeitet, natürlich so ein bisschen Kernentwickler beim Kosmos SDK. Also er kennt sich aus im Kosmos-Ökosystem. Es macht durchaus auch Sinn, dass jemand aus dem Kosmos-Team quasi im Bereich Kosmos auch effektiv eine DeFi-Plattform aufbaut. Dann hat er noch einen Podcast und hat hier noch vor allem bei Berkeley so ein bisschen Blockchain-Erfahrung, die definitiv relevant ist. Und hier auch ganz interessant, er war bei Consensus. Consensus war damals eigentlich so ein bisschen die erste grössere Ethereum-Firma, die basierend auf Ethereum gearbeitet hat, ja. Dann sehen wir hier, er hat hier Elektro-Ingenieur und Informatik studiert an der Universität in Berkeley. Das heisst, er hat so ein bisschen den Informatik-Hintergrund und hat da so quasi den Bachelor effektiv gemacht. Also er kennt sich aus, ist sicher kein schlechter Mitgründer. Dann kommen wir hier zur nächsten Person, das ist Jim Yang. Er ist nur in Anführungsstrichen bei der Strategie bei Osmosis Labs mit dabei, ist aber der Chief Strategy Officer gewesen bei Tendermint. Also auch er kennt sich durchaus aus in dem Tendermint und Kosmos-Ökosystem. Dann haben wir hier noch unterschiedliche Stationen bei Red Hat, das kennen sicher die Linux-Leute unter euch. Und dann University of Texas at Austin, hat er Informatik studiert im Bachelor. Also auch er sehr technisch angehaucht. Und dann kommen wir noch zu einem und das ist Josh Lee. Josh Lee ist jetzt hier zum Beispiel bei AngelList nicht aufgeführt, aber da haben wir einfach durch die LinkedIn-Suche mal Josh Lee gefunden. Er ist Mitgründer bei Osmosis Labs und auch hier sehen wir grundsätzlich eine Connection zum Kosmos-Ökosystem. Er ist nämlich Ökosystem-Development-Analyst gewesen und Mitgründer und CEO von JNapsis. Jetzt sagt euch vielleicht JNapsis noch nichts, aber was hier extrem wichtig ist, ist JNapsis ist eigentlich der Bauer oder der Gründer der Kepler-Wallet. Und die Kepler-Wallet ist, wie sage ich mal, etwa die Nummer 1-Wallet im Kosmos-Ökosystem. Also müsst ihr euch vorstellen, das wäre wie wenn jemand auf Ethereum quasi auf MetaMask oder in dem MetaMask-Ökosystem gearbeitet hat. Seit Januar 2021 hier als Mitgründer finde ich noch interessant, wieso Januar 2021, weil die Osmosis Labs, die gibt es schon länger. Oder vermute ich zumindest, gibt es schon länger. Und erst seit 2021 quasi der Mitgründer. Oder vielleicht gab es Osmosis als Projekt schon länger, weil wenn wir bei Sunny schauen, dann sehen wir, ja, wobei auch Januar 2021 kann also durchaus sein. Wobei hier steht zum Beispiel September 20, ja, und das verwirrt mich ein bisschen. Aber gehen wir davon aus, dass vielleicht die Osmosis Labs als Firma erst im Januar gegründet wurden, dann hätten wir hier Mitgründer Josh Lee. Bei ihm sehen wir nur Anderson University und noch so ein paar andere unterschiedliche Spots. Hier zum Beispiel Lunamint als Projektmanager hat, glaube ich, mit Luna nicht viel zu tun. Hier noch ein Production Intern, Blockchain Research. Also ansonsten aber sehr, sehr technisch angehaucht. Das Team gefällt mir sehr, sehr gut, Leute. Sie kommen aus dem Kosmos-Ökosystem, kommen aus dem Wallet-Ökosystem. Und da haben sie sicher die entsprechenden Connections. Die starten gleich mit einer 8,75 im Bereich Team. Wir kommen jetzt zum Berater und den Investoren. Auch da ganz interessant, wenn wir hier auf Crunchbase die Osmosis Foundation anschauen, sehen wir hier 21 Millionen US-Dollar an Funding erhalten. Ganz, ganz interessant. Also 21 Millionen ist natürlich keine kleine Menge. Und da, wen sehen wir hier? Du Kwan, ja. Also er ist quasi ein Investor. Du Kwan ist der Gründer von Terra Foreign Labs und eigentlich so ein bisschen auch der Gründer von Terra. Und dann haben wir hier noch Paradigm. Also ganz, ganz bekannte Investoren, die hier mit von der Partie sind. Wir können hier noch kurz auf AngelList schauen, ob wir hier noch irgendwelche Details finden. Ich glaube aber nicht. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, sie suchen noch Leute. Ja, und vor allem hier zum Beispiel ein Senior Vice President of Engineering. Also wer noch in San Francisco einen Job für etwa 330.000 US-Dollar im Jahr sucht, ist sicher eine gute Stelle. Zeigt aber auch, dass sie am Aufbauen sind und dass sie vor allem eben auch Kernaufgaben nun entsprechend verteilen möchten. Ja, dann kommen wir, wie gesagt, Berater und Investoren. Gefällt mir auch gut. Jetzt nicht überragend. Ja, also Du Kwan und Paradigm sicher sehr, sehr bekannte Investoren. Macht grundsätzlich auch Sinn. Aber hier würde ich jetzt zum Beispiel eher eine 8,5 geben. Dann kommen wir so ein bisschen zum Kernstück, nämlich Produkt und Technologie. Und das Produkt ist an sich relativ schnell erklärt. Ja, wir haben eine Swap. Das heisst, wir haben hier die Möglichkeit, von einem Atom-basierten Token in das andere zu wechseln. Zum Beispiel haben wir hier Ion, Act, DVPN, Iris, CRO und so weiter. Und ihr müsst halt sehen, ja, das sind ja unterschiedliche Channels. Da muss man immer ein bisschen schauen, in welchem Channel man sich befindet. Denn, ihr dürft nicht vergessen, Cosmos und Atom haben ja diese IBC, dieser Inter-Blockchain-Connection. Das heisst, es gibt eine Art, es ist nicht eine klassische Brücke in diesem Sinn, sondern man möchte quasi die Blockchains miteinander verbinden. Und das ist so ein bisschen das Spezielle an Osmosis. Und daher auch hier die unterschiedlichen Channels. Das heisst, ich kann hier von dem einen Channel in den anderen wechseln. Und dann geht das eben über diese IBC. Was aber noch cool ist, ist wie gesagt, hier Atom zu Osmos geht relativ easy. Und das gefällt mir auch sehr gut. Das heisst, ich kann hier zum Beispiel nur die Hälfte traden. Wir wissen ja, bei den Liquidity Pools immer 50-50 dazugeben. Übrigens, falls du dich da entsprechend noch nicht auskennst, unbedingt melden für den DeFi-Kurs. Da erkläre ich nämlich das Konzept von Liquidity Pools ein bisschen genauer. Das heisst, wenn du jetzt die 50-50 eingegeben hast, dann kannst du hier rein theoretisch Atom und Cosmo in den Pool geben. Hier zum Beispiel der Atom-Cosmo-Pool. Hätten wir hier zum Beispiel 72% Zins. Also auch das ziemlich attraktive Zinsen. Wenn wir hier so ein bisschen runter scrollen, dann sehen wir hier zum Teil auch dreistellige Zinsbeträge. Zinsbeträge, ja. Zum Beispiel hier, aber das sagen wir jetzt, ist eher unbekannt. Vielleicht hier DSM, Osmo 169, SOM und Osmo 171, Roman und Osmo 188% Zinsen. Also das Ding kann sich sehen lassen. Darf natürlich da nicht vergessen, es gibt einen Impermanent Loss. Das heisst, da lieber mit einem Stablecoin rein. Auch das, Luna UST zum Beispiel, sehr, sehr attraktiv mit den 40,5%. Ansonsten haben wir hier die Möglichkeit, Assets quasi entweder einzuzahlen oder auszuzahlen. Immer mit diesem IBC Deposit und Withdraw. Das bedeutet eben, dass wir die IBC nutzen, also diese IBC-Technologie, die Cosmos ja aufgebaut hat, um zwischen den unterschiedlichen Chains entsprechend zu wechseln. Dann haben wir hier eine Staking-Möglichkeit. Das ist auch noch interessant. Man wechselt nämlich hier auf die Kepler-App und kann dann hier entsprechend direkt staken beziehungsweise hier für Osmosis, quasi im Osmosis-Bereich entsprechend staken. Das heisst, der Staking-Bereich, der ist nicht hier auf der Osmosis-Seite. Ähnlich auch der Vote-Teil, der passiert dann auch via Wallet. Das heisst, hier habt ihr dann die Möglichkeit, entsprechend Governance zu betreiben. Jetzt, was macht grundsätzlich Osmosis speziell? Hier wird es wahrscheinlich nicht gehen. Ich müsste jetzt hier mein Wallet verbinden sowie auch entsprechend die 100 Osmo-Zahlen, um einen Pool zu erstellen. Das Spezielle ist, dass man ja normalerweise immer 50-50 reingibt. Ja, und bei Osmosis ist es möglich, dass man unterschiedliche Variablen ändert. Das bedeutet, wenn ihr zum Beispiel bei Uniswap 50-50 einen Token reingebt, habt ihr die 0,3% entsprechend der Trading-Gebühren, die an die LP-Staker gehen. Bei Osmosis kann man da ein bisschen genauer reagieren und auch sagen, okay, nein, die Nachfrage nach diesem Token-Paar ist relativ hoch, daher setze ich auf 0,5 zum Beispiel. Und solche Flexibilität, das bietet euch Uniswap natürlich nicht. Es gibt zwar da im Uniswap V3 noch ein bisschen mehr Variabilität, aber auch da ist man schlussendlich sehr, sehr limitiert. Das heisst, wenn wir auch so ein bisschen in die Dokumentation schauen, dann haben wir hier diese Customizability of Liquidity Pools, also quasi die Einstellbarkeit der Liquiditätspools, die man auf Osmosis entsprechend setzen kann. Das heisst, das Interessante ist jetzt hier, dass wir eigentlich einen flexiblen AMM, also eine flexible Automated Market Maker Lösung haben im Kosmos Ökosystem. Und man muss auch fairerweise sagen, es ist die erste und einzige. Was mir aber sehr, sehr gut gefällt, ist rein von der Nutzererfahrung, also es ist sehr selbstverständlich, natürlich man muss sich ein bisschen auskennen über die Technologie und so, aber grundsätzlich die Plattform sehr einfach gehalten. Ich erhalte eigentlich alles auf den ersten Blick. Hier hätte ich mir vielleicht noch ein Filter gewünscht, ähnlich wie bei Pancake, dass ich nach Pool Liquidität oder nach APR entsprechend hier gehen kann. Und dann hier die entsprechenden Reward Distributions. Das heisst, man kriegt alle paar Stunden, kriegt man diese Rewards erhalten. Was jetzt noch sehr, sehr attraktiv ist, hier spezifisch bei Osmosis, ist, dass man natürlich im Kosmos Ökosystem durch das Staken entsprechend die Möglichkeit auf Airdrops erhaltet. Da werde ich ein Video für die Mitglieder dieses Wochenende machen mit meiner Strategie. Das heisst, falls du noch nicht Mitglied bist, kannst du hier auf bluealpineresearch.com slash Mitgliedschaft gehen, dich entsprechend anmelden und erhalte es dann am Samstag spätestens, vielleicht aber auch schon am Freitag, meine Strategie im Kosmos Ökosystem. Das heisst, wir werden uns ein, ich sage mal, Kosmos Projekt anschauen, aber auch, wie ich mit meinen möglichen Airdrops da entsprechend vorangehe. Ganz, ganz spannendes Projekt, aber wie gesagt, jetzt bei Produkt und Technologie. Das Ganze basiert natürlich auf der Kosmos Blockchain oder quasi der Kosmos Chain. Von daher etablierte Technologie hat sich durchgesetzt. Wir sehen es auch bei Luna. Osmosis selber, sehr, sehr sauberes Produkt, funktioniert gut, die Dokumentation ist sehr, sehr gut. Das heisst, wenn ihr hier auf docs.osmosis.zone geht, dann seht ihr hier eigentlich so ein bisschen die Details, eine Übersicht bezüglich, was macht Osmosis genau, den Osmo-Token, ein Glossar, sowie auch die Möglichkeit, entsprechend bei der Governance mitzumachen, wie das genau aussieht. Auch zu den Validatoren gibt es entsprechend Informationen. Das heisst, die Dokumentation gefällt mir auch sehr gut. Daher von meiner Seite hier auch eine 8,75. Es gibt nicht viel, daran entsprechend auszusetzen. Jetzt kommen wir zu den Tokenomics. Das ist noch ein bisschen tricky. Es gab nämlich einen Osmo-Airdrop. Das heisst, man hat dann die Möglichkeit gehabt, wenn man, je nachdem, ob man bei Osmosis quasi mitgemacht hat, beziehungsweise ob man Atom gestaked hat, hatte man die Möglichkeit auf entsprechenden Osmo, beziehungsweise den Osmo-Token. Jetzt, was hat der Osmo-Token für, ich sage mal, Eigenschaften? Auf der einen Seite 100 Millionen Osmo-Token wurden rausgegeben. Sehen wir, hier eigentlich ist die Zahl schon ein bisschen höher. Ja, die 1282. Man muss aber da dazu sagen, dass es schlussendlich eine Milliarde Osmo-Token geben wird. Ja, das heisst, wir sehen hier so jeden Tag, gibt es wieder neue Osmo-Tokens. Und das Ganze teilt sich alle 365 Tage um ein Drittel. Ja, das heisst, all Jahr wird dann um ein Drittel hier entsprechend reduziert, bis dann etwa bei neun Jahren hier die Issuance fast auf null ist und wir dann effektiv diese ein Milliarde Osmo erreicht haben. Ist dann natürlich ein bisschen ein Problem bezüglich der Inflation. Ja, das heisst, wir werden, wir haben Stand heute eben, was haben wir 286 gesagt, werden etwa auf eine Milliarde kommen. Also knapp das Vierfache, ein bisschen weniger wird es in neun Jahren gehen. Das muss man einfach noch ein bisschen mit reinnehmen. Jetzt, was hier noch wichtig ist, ist natürlich die Verteilung. Da habe ich prozentual nicht ganz die Verteilung rauslesen können. Ja, auf der einen Seite sehe ich hier den Genesis Supply. Die Hälfte geht an den Airdrop, die Hälfte an den Strategic Reserve. Und da sehen wir natürlich, es gibt eine Vesting Period, beziehungsweise wie das Ganze entsprechend verteilt wird. Ja, wir haben auf der einen Seite den Airdrop, wir haben die Staking Rewards, wir haben die Liquidity Rewards Mining, wir haben den Community Pool, das Developer Vesting und Strategic Reserve. Und da ist natürlich das Interessante, also da sehe ich etwa ein bisschen weniger als ein Viertel gehen an die Entwickler. Da würde ich gerne die Zahl sehen. Das gefällt mir hier nicht ganz. Also da geht doch ein ganz grosser Teil an die Entwickler. Das hätte ich gerne ein bisschen kleiner gesehen, also eher wie diesen Bereich hier. Aber ansonsten habe ich leider keine Daten dazu gefunden, wer schlussendlich wie viel davon hält. Was wir machen könnten, ist rein theoretisch noch auf die Statistik zu schauen. Eventuell sehen wir hier noch ein bisschen etwas, vielleicht bei den Tokens. Und da sehen wir aber leider auch nicht viel. Ja, Sie sehen hier ein bisschen, es sind halt die Statistiken effektiv zum Projekt, aber leider nicht zu der Tokenverteilung. Vielleicht hier bei Osmosis noch. Auch das leider viel zu wenig. Also das, da hätte ich mir schon ein bisschen mehr Details gewünscht. Von daher, wenn ich jetzt davon ausgehen muss, dass etwa 20 bis 22 Prozent an die Entwickler gehen und die Tokenomics ansonsten eigentlich okay sind, würde ich jetzt hier noch ein bisschen Abzug geben und eine 7,25. Dann kommen wir zum Thema Partnerschaften und da sehe ich so ein bisschen die erste grössere Lucke. Wenn wir zu Osmosis schauen, es gibt natürlich auf der einen Seite die Terra Bridge. Die Terra Bridge ist so ziemlich eine der ersten und einzigen Brücken, die es in diesem Ökosystem gibt. Das ist das eine. Das andere wäre natürlich so ein bisschen die Solana-Brücke. So wie ich es verstanden habe, nach wie vor im Aufbau ist. Das heisst, ich sehe hier noch keine konkreten Assets im Bereich Solana. Ja, beziehungsweise wir können hier mal nach unten scrollen. Ich sehe hier noch wirklich nichts im Solana-Bereich. Könnt mich gerne korrigieren, falls ich das nicht gesehen habe. Ich glaubte aber, da ist schon etwas in Planung. Das heisst, sehr wahrscheinlich wird es auch eine Brücke zwischen Solana und Kosmos, beziehungsweise Solana und Osmosis noch geben. Und das ist eigentlich so ein bisschen der Punkt, bei welchem ich sagen muss, ja, da hätte man sich ein bisschen mehr Mühe geben können. Deshalb von mir für die Partnerschaften eine 6,75. Einfachheit und Verfügbarkeit, auch das ein bisschen tricky. Wir gehen hier auf CoinMarketCap auf den Markt und sehen eigentlich nur Max C, welches ein entsprechendes Volumen auf den zentralisierten Börsen hat. Und die anderen sind eigentlich wirklich nur auf Osmosis. Da haben wir hier noch Sift Chain. Das wird wahrscheinlich auch ein DeFi-Projekt sein. Aber schlussendlich nicht wirklich realistisches Volumen ansonsten, welches wir hier sehen. Und das stört mich ein bisschen. Ich muss aber auch sagen, dass die DeFi-Welt, ja, in der DeFi-Welt braucht man per se eigentlich keinen On-Ramp mehr. Wir haben ja den On-Ramp durch die zentralisierten Börsen. Da könnte man jetzt ein Auge zudrücken. Schlussendlich für mich noch ein Potenzial gegen oben. Also hier eine 7,25. Jetzt haben wir das Gesamtrating von einer 7,875. Also sehr, sehr stark angefangen. Und dann eben die bisschen schlechteren Punkte, die Tokenomics, die Partnerschaft und die Einfachheit, sowie die Verfügbarkeit. Jetzt, welches Problem wird gelöst? Wir haben hier AMM auf Kosmos, sowie Flexibilität im AMM-Bereich. Ja, das ist sicher das Erste. Wir können hier noch ein bisschen formatieren, dass es ein bisschen besser aussieht. Dann, wie gross ist der Markt? Auch da können wir auf DeFi-Lama gehen, kurz auf die Chains schauen. Ich meine, beziehungsweise im Overview sehen wir es vielleicht. 222 Milliarden US-Dollar. Jetzt ist es nicht wirklich realistisch, dass hier Osmosis den ganzen Bereich abnehmen würde, weil natürlich Osmosis nur einen Teil abdeckt. Aber das wäre rein theoretisch die Marktgrösse. Ich würde mal hier etwa von 150 Milliarden US-Dollar ausgehen. Jetzt, wer oder was ist die Konkurrenz? Konkurrenz auf der einen Seite natürlich die Uniswaps, die Radiums, allenfalls vielleicht sogar, wie heisst es, Astro auf Luna. Das wäre rein theoretisch die Konkurrenz, denn wenn ich vor allem meine Luna-Assets, meine Ethereum-Assets, da entsprechend tauschen kann, dann brauche ich das Ganze an sich nicht. Das ist jetzt ein bisschen unfair, weil im Kosmos-Ökosystem gibt es per se keine Konkurrenz. Aber ausserhalb davon, wir können es vielleicht so noch genauer machen, dass wir hier ETH, Radium ist Sol und Astroport eben entsprechend auf Luna. Was für einen Vorteil hat der Halter? Auf der einen Seite sicher die Airdrops, auf der anderen Seite die Staking-Rewards. Je nachdem, wo oder in welchem Pool du dich effektiv befindest, kannst du halt bis zu dreistelligen Prozent Beträgen machen. Natürlich mit dem Permanent Loss und natürlich lohnt es sich nicht immer, aber ansonsten kann es sich da entsprechend lohnen, falls du weisst, mit welcher Strategie du fahren möchtest. Jetzt ist das Projekt einfach kopierbar. Für mich nein, weil auf der einen Seite die Nutzererfahrung, auf der anderen Seite die extrem gute Erfahrung der technischen Gründer, wie gesagt ein sehr, sehr starkes Team, bei welchem für mich eigentlich klar ist, so einfach wird diese Technologie entsprechend nicht kopiert. Mögliche Probleme oder Schwachstellen ist gleichzeitig, also dieses IBC ist Schwachstelle und Potenzial zugleich. Das heisst, nur Tokens tauschbar im Kosmos Ökosystem. Und das könnte natürlich noch ein bisschen ein Problem sein. Ich weiss, es gibt diese Möglichkeit, eben über die IBC auf unterschiedliche Chains zu wechseln, aber Stand heute geht es halt noch nicht mit allen Tokens und das Ethereum-Ökosystem ist halt nach wie vor sehr stark. Das andere, was mir nicht gefällt, ich könnte hier noch vielleicht eine weitere Zeile, die Tokenomics. Developers oder Entwickler kriegen relativ viele Tokens. Und dann, was haben wir hier noch? Ich glaube, es waren die Partnerschaften, genau, wobei wir hier eigentlich so ein bisschen das Partnerschaftenthema haben, ja, oder alternativ könnte man sagen, Partnerschaften fehlen noch, da Kosmos Ökosystem erst noch im Kommen. Bedeutet, dass wir hier ein Projekt haben mit einem Potenzial gegen oben, ja, das heisst, dass das Osmosis, das Plattform, beziehungsweise das Kosmos Ökosystem ist noch relativ jung. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das entsprechendes Potenzial hat. Wie gesagt, für mich sehr, sehr attraktiv und interessant, sicher die Airdrops im Kosmos Ökosystem. Dazu eben, wie gesagt, das Video für die Mitglieder. Entsprechend, falls du noch nicht Mitglied bist, hier auf bluehelpingresearch.com slash Mitgliedschaft. Bedeutet, werden für die Mitglieder ein ähnliches Projekt, beziehungsweise im Kosmos Ökosystem, eine Analyse machen und dann meine Airdrop-Strategie werde ich auch noch teilen für die Mitglieder. Wie gesagt, falls du noch nicht Mitglied bist, da unbedingt anmelden. Ansonsten, für mich Osmosis, sehr spannendes Projekt, gefällt mir wirklich sehr, sehr gut, gibt ein paar negative Punkte, aber ich bin natürlich wie immer gespannt auf deine Meinung. Wir hören uns in der nächsten Analyse wieder, mach's gut und bis dann.